Guten Morgen, Herr Mustermann. Wie geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Guten Morgen, Schwester Maria. Danke, es geht mir gut. Ich habe letzte Nacht gut geschlafen. Gestern Abend hatte ich nur Kopfschmerzen, aber ich habe sofort ein Schmerzmittel bekommen und konnte ruhig einschlafen. Stimmt es, dass Sie in letzter Zeit nicht viel getrunken haben? Draußen ist es im Moment heiß und Sie gehen gerne in die Sonne. Ich habe immer meine Kopfbedeckung auf, aber gestern habe ich tatsächlich nicht viel getrunken. Heute habe ich zwei Flaschen Wasser in meinem Zimmer. Ich möchte heute keine Kopfschmerzen haben. Sehr schön. Ich bin hier gekommen, um Ihnen beim Waschen zu helfen. Das ist nett von Ihnen. Dann bringe ich gleich die Waschschüssel ins Zimmer. Und wir können mit der Körperpflege anfangen. Ich möchte heute versuchen, sich selbst zu waschen. Zumindest den Oberkörper. Das ist kein Problem. Ich werde Sie dabei unterstützen. Ich werde zuerst den Unterkörper im Bett versorgen. Und danach bringe ich Sie in den Rollstuhl. Und Sie können im Bad am Waschbecken den Oberkörper waschen. Was Sie nicht schaffen, übernehme ich gerne. Ja, das klingt gut. Ich habe das Wasser in der Waschschüssel vorbereitet. Ist es genug warm? Ja, das Wasser ist angenehm. Ich stelle das Kopfteil des Bettes flach. Stellen Sie bitte Ihre linkes Bein an. Gut. Und jetzt Ihre rechtes Bein. Danke. Können Sie den Intimbereich selbst waschen? Ich glaube schon. Hier ist der Waschlappen. Vielen Dank. Ich habe es geschafft. Ich werde Ihr Gesäß waschen. Bitte drehen Sie sich auf die rechte Seite. Danke. Ich trockne noch das Gesäß ab. Und jetzt bin ich fertig. Bitte drehen Sie sich wieder auf den Rücken. Jetzt helfe ich Ihnen beim Anziehen. Welche Unterwäsche würden Sie gerne anziehen? Die blaue, bitte. Und können Sie die frischen Socken aus dem Schrank holen? Ja, natürlich. Danke. Und ich möchte heute die Hose von gestern tragen. Ich habe ein wenig Angst. Ich will nicht auf den Boden fallen. Danke. Ich werde jetzt selbst mein Gesicht waschen und Zähne putzen. Ich wasche mich auch unter den Armen. Sie können mir gleich den Rücken waschen und mich im Bad lassen. Schwester Maria, wenn ich etwas brauchen werde, klinge ich. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Im Falle, wenn Sie nicht klingeln, komme ich in 15 Minuten, ob alles in Ordnung ist. Ich werde noch Hilfe beim Anziehen brauchen. Also bis bald. Bis bald.